So great to meet you guys. Wollt ihr hier sitzen? Yes, sure. Great. Es ist so toll, wieder in Vegas zu sein. So, Anjanine. Du bist Anjanine? Anjanine. Anjanine. Und du nennst dich Ange. Sag hey du, ich hör auf alles. Gratuliere zum Gewinn. Thank you. Aufregend, oder? Wie viel hast du gewonnen? 750.000. Geldtanz bitte. Passiert das gerade echt? Habe ich gerade Glück? Ich bin Single-Mutter, mein Sohn ist 25. Wir kamen kaum über die Runden. Dass ich gewonnen habe, war einfach ein Wunder. Na klar, Mama hat jetzt Geld. Aufpassen. Du lebst in Huntington Beach, oder? Und willst nach Vegas. Du willst was bekommen für dein Geld. Ich lebe im Trailerpark. Seit 15 Jahren schon. Ist doch toll. Wonach suchst du jetzt? Ich war erst einmal in Vegas. Also ziehst du nur her, weil's billiger ist? Ja, aber auch ein Neuanfang. Was machst du? Friseurin, 20 Jahre. Nicht doch. Was wünschst du dir? Eine Wohnung oder ein Reihenhaus. Pflegeleicht. Hab einen kleinen Hund. Was darf's kosten? Um die 300.000. Schlafzimmer? Ich sag mal drei. Drei Schlafzimmer, zwei Bäder. Klassisch. Hast du eine Wunschgegend, oder soll ich einfach loslegen? Henderson ist toll. Spring Valley ist der Hammer. Gute, bezahlbare Gegenden. Haus oder Wohnung. Da finden wir was Schönes für dich. Wir erfüllen deine Träume diese Woche. Das wird toll. Krass. Ich freu mich. Das wird mein neues Leben. Neuer Weg. Ich freu mich wirklich. Henderson war die erste schönere Siedlung und hat Vegas echt aufgewertet. Das erste Haus heißt Gibson Springs Oasis. Ich will Kelly eine möglichst große Auswahl unterschiedlichster Häuser anbieten. Heute sehen wir uns eine Wohnung in einer hübschen Community mit Pool und Spa an. Und es fühlt sich wirklich nach Zuhause an. Kelly hat einen holprigen Weg hinter sich. Alles ist erstmal ein Upgrade. Erfinden wir sie neu. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht's euch? Hervorragend. Sehr gut. Ich bin echt stolz, das mit dir machen zu dürfen. So ein Neustart ist großartig. Magst du die Gegend? Schön. Gute Gehwege. Da kann ich mit Cassie Gassi gehen. Das wäre fantastisch. Gibson Springs Oasis hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder, 111 Quadratmeter und kostet nur 218.000 Dollar. Gut? Die Wohnung wird durch das gepflegte Gelände und den Pool aufgewertet. Alles inklusive. Was denkst du? War schön, aber vielleicht hätte ich gern was mit Obergeschoss oder ein Häuschen. All right. Oder vielleicht ein Townhouse. All right. Vegas hat vielleicht keinen Strand, aber dafür das hier. Lake Mead, der durch den Hoover Damm aus dem Colorado River entsteht. Man kann Boot fahren und er versorgt drei Staaten mit Wasser. Gestern habe ich Kelly Gibson Springs Oasis gezeigt. Eine wunderschöne Wohnung, aber sie lebt zurzeit im Trailerpark und träumt von mehreren Ebenen. Heute habe ich was mit mehr Glamour für sie und natürlich mit Treppe ins obere Stockwerk. Wir besichtigen Mission Hillsway, ein stylisches, mehrstöckiges Stadthaus am Rand von Henderson. Nur zehn Minuten vom Hoover Damm. Wie geht's? Gut, wie geht's? Ich bin fantastisch. Wir sind in Vegas, um dich neu zu erfinden. Das ist toll. Ja. Und? Schöne Gegend. Ich liebe es. Die Wohnung gestern war eine Möglichkeit, aber ich glaube, etwas mit mehr Glamour könnte dir gut gefallen. Und du wolltest ja eine Treppe. Ich habe ja ein tolles Reihenhaus für dich. Right? So I found you a great townhome. Great. Let me tell you a little bit about Mission Hillsway hat drei Schlafzimmer, zweieinhalb Bäder, 157 Quadratmeter für nur 255.000 Dollar. Nice. Schnäppchen. That's right. Was denkt ihr? It's beautiful. Schön. Toll. Viel Platz. Ja. Bist du eine Gewinnerin? Ja. Dafür sind wir hier. Ja, definitiv. Kann ich für morgen was verbessern? Vielleicht ein freistehendes Haus. Genau das hatte ich vor. Lauter verschiedene Objekte. Eine Wohnung, ein Reihenhaus und ein Single-Haus. Man weiß ja nie. Es muss einfach perfekt passen. Right? Sounds good. Okay. Cool, right? Kelly ist meine Prinzessin und ich will für sie das perfekte Traumhaus finden. Das erste, Gibson Springs Oasis, war vielleicht etwas zu klein. Das zweite, Mission Hillsway, vielleicht etwas zu groß. Jetzt habe ich eins, das perfekt sein könnte. Gute Größe, komplett renoviert und eins meiner Lieblinge. Green Valley Villa ist ein wunderschönes Single-Haus ist ein wunderschönes Single-Haus im Herzen von Green Valley in Henderson. Es ist echt schön. Und wenn sie ein gemütliches Single-Haus ohne riesigen Garten sucht, ist es perfekt. Hallo, hallo, hallo. Hi David, wie geht's meiner Prinzessin? Toll. Und ihr? Und ihr? Großartig. Gute Gegend? Wir sind hier im etablierteren Teil von Green Valley. Ich bin gespannt, was du zum Haus sagst. Die Fakten. Green Valley Villa hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder, 125 Quadratmeter und kostet 299.900 Dollar. Das hier wäre dein Reich. Du musst nichts teilen, bist ganz für dich. Der Garten ist natürlich noch nicht fertig, aber so kannst du alles daraus machen, was du willst. Möchtest du noch mehr Objekte sehen? Nein, danke. Ich muss jetzt ein paar Entscheidungen treffen. Da wären wir. Mitten in deinem Neubeginn. Ich kann nicht in dich reingucken. Ich glaube, es wird Mission Hills Way. Ein tolles Haus für dich. Das war sie. Ja? Die Farben, alles. Es ist ihr Haus. Ich bin so aufgeregt. Danke nochmal für deine Hilfe. Es war mir eine Ehre, ehrlich, deinen Weg von Kalifornien nach Nevada zu begleiten. Neu anfangen. Jetzt. Ich freue mich für dich. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt.